Hallo Leute, willkommen zurück zur zehnten Episode von Thimbleweed Park. Ich bin euer gut gelangene Moderator David und in der letzten Episode sind wir Gott sei Dank wieder auf Agent Reyes zurückgekommen. Wir haben ihn natürlich gefunden, er ist in der Kanzellation verschollen und wir versuchen ihn irgendwie mit viel Glück wieder da raus zu bekommen. Ich habe versucht irgendwie herauszufinden, ob wir eventuell natürlich hier die Telefonnummer vom Scherf bekommen, aber ihn anscheinend nicht. Ich habe jetzt eine Option noch, die ich mir vermute. Ich denke mal, das ist hier eigentlich das Rätsel, Lösung Notfall Nummer Lily Comaron und ich werde jetzt einfach... Ich habe einen Erkennungsruf über jemanden, die in der Kanzellung geholfen wurde. Ich hätte es erwartet, dass es du warst. Ich liebe dich nicht, wenn die Kanzellung geholfen wird. Oh, hallo, Scherif. Ich bin froh, dass du dich sehen hast. Das Fall ist nicht so, dass es etwas, was die Feds interessiert werden. Du solltest zurückkommen in der Homeoffice, Reno, bevor du dich verletzt hast. Es gibt ein Körner auf der Kanzellung. Gut, Scherif, aber kannst du mich aus hier rauskennen? Sure, einfach mit mir. Oh, ich werde dich schütteln lassen. Oh, nichts über diese Stadt meines Erkennungsruf überrascht. Oh, da ist ein Bus, die in ein paar Stunden verlassen. Ich denke, wir können die Anfängerung von hier, Reno. So, großer Ausbruch natürlich aus der Kanalisation jetzt damit geschafft. Ich hätte auch nicht gedacht, dass es jetzt so funktionieren tut, ganz ehrlich. Weil ich hätte jetzt gedacht, ich laufe vor an die Kanalisationsdecke und dann kommen wir eventuell raus. Aber anscheinend war doch dieses mit Lily Cameron anrufen doch das Richtige. Okay, so gut, dann gucken wir mal, ob wir eventuell den anderen Agent jetzt treffen werden. Ich bin ja echt mal gespannt, ob das jetzt so der Fall wird. So, gehen wir mal hier hin und gucken mal, ob sie jetzt hier steht. Sie müsste eigentlich hier stehen. Hi, da ist sie ja. Reden wir natürlich mit ihr. Sieht gut mit mir. Warum kann ich nicht mit ihr reden? Okay, dann machen wir es einfach so. Wir geben einfach Reyes seinem Buch zurück. Oh, mein Notebook. Ich dachte, ich hätte das für gut verloren verloren. Das bedeutet mir viel zu mir. Danke. Danke schön, danke schön. So, wenn wir natürlich das jetzt geredet haben, tue ich natürlich mit unserem, der Coolste von aller Zeit, natürlich mit ihm arbeiten. Ich will natürlich mit Agent Reyes hier weiterarbeiten. Harry gone. Today gone. Gone tomorrow. Okay. Das ist halt jetzt eine sehr gute Frage. So, wie kommen wir jetzt eigentlich zu dieser gottverdammten Landkarte? Aber eigentlich muss ich eigentlich jetzt zurück zum Stadthaus vermutlich mal, weil wir haben ja da gesehen, da ist er ja reingegangen, um sich Wrestling anzuschauen. Und er müsste uns hier eigentlich rein die Rutsche in die Karte geben. Gehen wir mal hoch. Wer ihn da finden? Nein, hier ist er nicht. Wo ist der tappische Typ? Wo gammelt er rum? Gehen wir mal dann halt hier zu dem. Hier ist auch keiner. Aha, können wir vielleicht das Bücherregal drücken? Vielleicht nehmen wir irgendeine Buch. Schade, ich hätte gedacht, vielleicht wäre es die Möglichkeit. So, das Rätsel ist Lösung. Aha, ein Fingerabdruckset. Okay, öffnen wir es mal. Aber dafür haben wir hier eigentlich, wenn wir mal ganz ehrlich sind, ein Klebeband. Also habe ich eine Idee. Wie wäre es jetzt, dass wir uns sozusagen um die ersten Sachen, um die Leiche jetzt kümmern? Wenn wir natürlich hier jetzt die ganzen Sachen jetzt mal mitnehmen einfach. Also, ich bin jetzt echt mal gespannt, ob wir eventuell so in der Art und Weise jetzt eventuell sogar ein paar Sachen bekommen. Oh, warte, warte, warte. Ich habe hier was gefunden. Wie doch nicht. Ich habe mich getäuscht. Ich hätte gedacht, das sind hier zwei Staubkörner. Aber in der Tat doch nicht. Schade, Tom. Ich bin mal gespannt generell, wie viele Staubkörner hier in diesem Spiel versteckt sind. So, jetzt benutzen wir einfach mal einmal das Klebeband hier mit der Leiche. Das ist halt jetzt eine sehr gute Frage, um ehrlich zu sein in dem Moment. Wie tut man das benutzen? Ich benutze jetzt einfach, ich benutze einfach das hier mit der Leiche. Wie wäre eigentlich, wenn ich jetzt mal die Leiche ziehe? Schade, Tom. Das ist schade. Ich habe aber eine andere Idee. Wir können ja eigentlich noch den Willy eigentlich, wenn wir mal ehrlich sind, untersuchen. Wenn wir mal ehrlich sind. Gut, ich hoffe eventuell, dass wir eventuell doch irgendwie jetzt an eine Landkarte kommen, dass wir natürlich auch weitermachen können. Das ist das hier, was mich fuchst. Aber ich habe eine Idee. Wie wäre es vielleicht, eventuell bei dieser Nickel nochmal vorbeizuschauen? Ich glaube, das wäre in der B-Street, wenn ich mich jetzt nicht täusche, oder? Eventuell finden wir da drin was. Ich bin mir nicht sicher, aber ich habe so ein dumpfes Gefühl. Röhrung gucken. Natürlich war die wie Bestellung nicht abgeholt. Nee, da ist es nicht. Da geht es ja natürlich zur Bushaltestelle. Das wollen wir ja nicht. Ja, ja. Alles cool, ja. Alles cool. Ich laufe nur an dir vorbei. Wir tun natürlich den Fall mit Agent Reyes natürlich Schlöse und nicht mit dir, dumpfbacke. Da weiter. Da rein. Danke. So. Jetzt gucken wir mal. Ach, guck mal. Das ist doch... Das habe ich doch noch so... Ja, ich brauche diese gottverdammte Dinge. Ja, ich brauche diese gottverdammte Dinge. Nein. Das definiert Zitizenschaft. Es hat die Privilege- oder Immunities-Clause, die Due-Process-Clause und die Equal-Protection-Clause. Okay. Okay. Why can't I take your map? I'm a federal agent. Okay, that's actually two questions. First, being a federal agent doesn't mean you can waltz into a newspaper office and take their map. Uh, we have a little thing called the Fourth Amendment. And second, that's a priceless original. If you want a map, check the quickie, pal. Yeah. Can I, as a private citizen, please have your map? Nope. It's a priceless original. Hmm. Okay. Can I, as a private citizen, please have your map? Nope. It's a priceless original. So, dann versuchen, sorry, gewirfen, art und weise. Don't you mean the ninth amendment? No, that protects rights not enumerated in the Constitution. Aha. Was mit das 26? Don't you mean the 26th amendment? Nope. That prohibits the denial of the right of US citizens, 18 years of age or older, to vote on account of age. Ich vermute mal, dass wir sie ablenken müssen, um diese Karte zu bekommen. Don't you mean the 10th amendment? Nope. That reinforces the principle of federalism by stating that the federal government possesses only those powers delegated to it by the states or the people through the Constitution. Mhm. Mhm. Was mit der 12th amendment? No. That revises presidential election procedures. Don't you mean the 18th amendment? No. That prohibited the manufacturing or sale of alcohol within the United States, but repealed in 1933. Don't you mean the 20th amendment? Nope. That changes the date on which the terms of the president, vice president, senators, and representatives begin and end. Don't you mean the 23rd amendment? Nope. That grants the District of Columbia electors in the Electoral College. Don't you mean the 10th amendment? Nope. That reinforces the principle of federalism by stating that the federal government possesses only those powers delegated to it by the states or the people through the Constitution. Ich weiss jetzt nicht, ob ich sie eventuell doch jetzt langsam abgelenkt habe. Nope. Das repealt die 18th amendment, die wieder einmal die Verkaufung von Alkohol allow. Nice chatting. We got a murder to solve. So, versuchen wir sie eventuell doch jetzt. Nein, schade. Ich weiß, es ist schön, aber du kannst es nicht entfernen. Scheiße. Irgendwie muss ich... Gucken wir mal, ob wir eventuell noch irgendwo hier was finden. Es ist ein Colorcopytron 3000. Ah, ich habe eine Idee. Wir haben ja den 10er. Wie wäre es eigentlich, dass wir den benutzen und hier rein machen? It only takes Nichols. Warum? Das wäre doch genau diese Lösung, oder? Wenn wir mal ehrlich sind, oder? Das wäre doch so richtig diese Lösung, oder? Jetzt mal ehrlich. Das wäre richtig genial. Aber was soll man halt dabei jetzt machen? Hm. Ich denke mal, wir müssen mal gucken, ob wir vielleicht hier... Please don't mess with the police scanner. I'm waiting for a call about a man out by the circus being noisy. Aha. Aber ich will ihn benutzen. Please don't mess with the police scanner. I'm waiting for a call about a man out by the circus being noisy. Okay, was ist, wenn wir darüber mit dir reden? Um... Can I, as a private citizen, please have your map? Nope. It's a priceless original. Hm. Don't you mean the Third Amendment? Nope. That places restrictions on the quartering of soldiers in private homes without the owner's consent, prohibiting it during peacetime. Don't you mean the 25th Amendment? Nope. That addresses succession to the presidency and establishes procedures for filling a vacancy in the office of the vice president. Ich habe aber eine sehr, sehr, sehr lustige Idee gerade. Also, sie hat ja eigentlich genau die gleiche Police, so wie im Büro des Sheriff. Er guckt ja Wrestling. Das heißt, wir können ja rein deutschen mit ihr jetzt zum Büro und es eventuell benutzen. Nun, wenn sie natürlich nach irgendeinem Clown wartet, der angeblich irgendwie was machen soll, ist es ja eigentlich jetzt die Möglichkeit, es zu benutzen. So, ähm, Mitteilung an alle Einheiten. Attention, all Units. So, bei der alten Villa, ähm, naht im Deiner. Mit einem Blechschaden, einem Hamster liebkosend, ähm, so, okay, gucken wir jetzt mal. Okay, dann weiß ich, dass das jetzt ein Fehler war, wie wir das gemacht haben. Das heißt, ich muss es jetzt nochmal benutzen. Benutze es. So, Mitteilung an alle. Attention, all Units. Okay, es ist ein Mann. Draußen am alten Zirkus. Ohne Hosen, Waschbären, Zigaretten, in gedannten Versunken und unheberrechtliches geschütztes Lied singend. It's not much, but we're short story on page 4. So, okay, das heißt, ich habe jetzt die Zeit natürlich schnell die Karte zu nehmen und abzuziehen. Auf, auf, auf. Schneller, schneller, schneller. Sehr gut. Und... Hello, just leaving? I assume that's a map in your pocket and you're not just glad to see me. Hmm. Please return it to its frame. Verdammt. Thank you. Well, that last story was a bust. Das... Maybe the next one will be better. Ging in die Hose. Das heißt, das müssen wir nochmal regeln. Can I help you? So, ähm... Don't you mean the 15th Amendment? Nope. That prohibits the denial of the right to vote based on race, color or previous condition of servitude. Nice chatting. Okay, ich habe es verstanden. Das heißt, ich muss nochmal an die Langkarte direkt. So, und jetzt muss ich das schneller beeilen, dass ich natürlich die Möglichkeit habe, weg zu... also abzuhauen. So, hier sind genug darin rumgeschrieben. Ich muss einen Fall lösen. Äh... Das ist aber auch ganz merkwürdig, um ehrlich zu sein. I'm half crazy. All for the love of you. A bicycle built for two. Scheiße, wie können wir das machen, wie können wir das machen, wie können wir das machen, wie können wir das eventuell machen? Ich habe noch eine andere Idee eventuell. Ich denke mal, wir müssen eventuell, wenn wir es schaffen, ähm... So, erstmal gehen wir jetzt zurück. Also, es ist jetzt ein tappisches Rätsel, aber ich versuche jetzt irgendwie, es klar zu sein. Wir müssen irgendwie versuchen, diesen Zehner klein zu machen. Ich vermute eher, wir schaffen es ja nicht irgendwie, mit dieser Karte aus diesem Haus rauszukommen. Also, es ist jetzt nur die Möglichkeit, wenn man so will, ähm... Sie zu kopieren. Das heißt, ich bin... Ich gebe jetzt diese hier und möchte sie klein haben. So, benutze... So, reden wir mal mit ihm. Oh... So, kann ich irgendwas haben Sie an dem Landkal vom Bezirk? Okay, das habe ich schon verstanden. Ich brauche irgendwas, wo 5 Cent kostet. Wie viel kostet die? So, was kostet... Ah, da. Pfandflaschen einwerfen. Ja, okay. Ah, jetzt habe ich es, so. Wo kann ich die einwerfen? Nutze, Flasche. In Lotto. Ähm... Wo kann ich das einwerfen, bitte? Grußkarte. Ähm, ich gebe einfach hin. Es sieht süß. Es ist eine leute Soda-Bottel. Wie kann ich dir helfen? Nein, ich möchte eigentlich die Pfandflasche einwerfen. Aber wie kann ich die einwerfen, um ehrlich zu sein? Gebe diese Flasche an Leonard. Ich habe diese Bottel gefunden. Ich möchte 5 Cent zurück, um die Umgebung zu verleihen. Ich möchte 5 Cent von dir, um deine Bottel zu verleihen. Ah, ja, alles klar. Okay, jetzt haben wir die Gottverdammte 5 Cent, alles klar. So, haben wir das jetzt so lösen können, das Rätsel. So, das heißt, ich muss jetzt gucken, dass ich das jetzt irgendwie mache jetzt nochmal. War es hier? B-Street? War das die B-Street? Ich weiß es gerade nicht. Nein, es war die A-Street. Unmöglich, unmöglich, unmöglich. Komm, komm. Lauf, 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 lauf. Schee, komm. Da hoch, richtig. So, da rein. Ich hoffe, dass ich jetzt nochmal den Humbug jetzt machen kann. Okay, ich brauche eigentlich eine neue. Ich brauche anscheinend eine neue Ding. Nein, jetzt weiß ich. Warte. Ich muss jetzt mal das machen. Alles klar. So, das heißt, wir gehen jetzt da hin und dann machen wir es mal. So, das heißt... Ja, benutze es jetzt. Meine Güte. So, ein Mann in deiner, der unangemessen gekleidet ist, natürlich. Mithalt oder nein? Ein Mann? Äh, blablabla. Na, in deiner. Ähm, Fingernägel lackierend. Lizenz, äh, mit einem überaus hübschen Hut. Hamster. Blechschaden. Hier. Okay, jetzt versucht sie sozusagen, so, alles klar, jetzt nehmen wir es einfach. Jetzt kopieren wir es hier hin. So, jetzt gehen wir hier hin. Ben nutze natürlich diese Karte hier rein. Wunderbar. Und Ben nutze natürlich diese fünf Cent hier. Das macht keinen Sinn. Hm, das könnte in Hande kommen. So, wie kann ich das benutzen? Es ist ein Color Copytron 3000. Äh, können wir es zumachen? Schließ. Landkarte. Benutze. Jetzt haben wir es. Endlich. Gott sei Dank. So, dann haben wir jetzt sozusagen. What a nice copy. And in Color too. So, sehr schön. Gut. Dann heißt, wir nehmen die Karte. Wir benutzen diese. Wo ist meine Karte? Wo ist die Karte? Also Landkarte des Bezirks, die wo wir hatten. So, wir benutzen diese Landkarte und die machen wir natürlich in den leeren Rahmen wieder rein. Sehr schön. Gut, dann können wir jetzt uns verdünnisieren. Sehr gut. Wir haben jetzt sozusagen offiziell eine Landkarte, Leute. Und können natürlich jetzt endlich zu diesem Gottverdammten Zegos Clown gehen, verbote ich mal. So, ich denke mal nicht, dass wir jetzt hier plötzlich angehalten werden vom Sheriff, wenn wir natürlich jetzt hier durchgehen. So, wir werden uns jetzt sozusagen diesen schönen Ausblick sehen am Aussichtspunkt. Und ich werde hiermit auch den Part beenden und danke euch vielmals fürs Einschalten bei Thimbleweed Park. Und wir sehen uns morgen wieder. Ja, wir haben ja gut gelohnt. Und man hat Rado Davy sagt Tschüssi. Aha. Kowski. 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 Kowski.